Das Wildschwein ist jetzt hier. Du bleibst jetzt sofort stehen. Verdammt, du bist so schnell. Haffige Scheiße, Alter. Ich bleib dran, ich bleib dran. Nehmen wir die Verfolgung auf, Sir. Warte mal, bleibst du vielleicht stehen? Oh, das kommen wir sogar entgegen gerannt. Das ist getöteten Hasen. Hasen, da hatte ich noch Platz für. Ey, die Luicher, die Lego-Hand, die sieht man echt schlecht, ne? Oh, noch Platz für'n Hasen gehabt. Aber weißt du, es ist nicht so wichtig, dass wir die überlebenswichtig brauchen, ne? Oh, ist halt nicht verkehrt, ne? Ja, verkehrt nicht, aber... Kommst mir nach, ne? Hast du Blätter noch? Ja, ich hab Blätter, ich stammel die immer wieder auf. Einfach die Stickies und so, einfach kaputtern und... Aber das ist im Wald einfach nur um die Schlagen, dann kriegt das schon genug Blätter. Ja. Ich baue dann schon mal so'n Teil, äh... Dass wir uns Vorräte ansammeln können, ne? Ja, macht das, Alter. Also, man überlebt auch ohne Essen. Ja, das ist schon mal gut. Ich mach wieder das Feuer an, ne? Aber ich würd's... Oder können wir das hier nicht wieder abbauen? Einfach den Zaun hier. Warum? Weil dann können wir hier noch ein Tor inbauen. Wär besser, oder? Dass wir beide Rechnungen können. Oder? Ja, komm. Das Feuer geht nicht an bei mir. Hast du keine Blätter mehr? Ne, ich hab Blätter. Ja. Wrenn doch. Ja, jetzt geht's. Na egal. Ich glaub, das kannst du so lange hängen lassen, wie du willst, soweit ich weiß. Musst ausrüsten erst, ne? Genau, ausrüsten und dann immer dahin hängen. Haust mal ein klein vorwart. Ist doch ganz geil. Das Feuer hier ist irgendwie scheiße gesetzt, ne? Ja, das können wir jetzt doch noch weg machen. Das ist nicht so wichtig. Na egal. Ja, und fertig. Unsere Pest steht. Gern, lass mal grad die Beleuchtung anmachen. Ja. Hab ich noch Blätter? Wenigstens geht mal Feuerzeug, Alter. Ja, Hauptsache, das hat doch endlich nie mehr. Ja, ich will's hoffen. Gas nachfüllen, ne? Genau, das Gas erstmal nachfüllen. Jetzt wird schon der Schlag an, nicht dunkel, siehst du das? Guck mal nach oben. Oh, das fängt an zu gewittert, alles klar. Haben ein bisschen am Zaun gehauen, sehe ich gerade, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, die haben zu reparieren mit E. Ja, warum, bist du jetzt gleich Tore oder was? Ne, ne, ne. Aber die sind wir uns echt in der Base gespottet, die Viecher. Ne, das ist ja total dumm. Was haben wir hier für einen Spot, Alter? Komm, du mal hier mit Kopfballer. Ja, warum spawnen sie denn hier? Versteh ich nicht. Ich kann nämlich nicht mehr rennen, ich hab keine Ausdauer mehr. Die schreit hier rum, hast du gehört? Ja, die ist drinnen. Hast du jetzt drinnen eingesperrt? Ich will den Kopf haben, aber... Lass mich mal gerade hier reingehen. Nicht schlagen. Was ist denn mit ihr? Hier, mal einmal reparieren, Alter. Oha! Bist du behindert, oder was? Oh, die Kuh, Alter. Ob du dumm bist! Oh, nicht vor den Zaun vor, ne? Ja, das ist ja, also... Das ist ja, ich kann kaum sch... Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Ach, ich hab grad Pillen neben, Alter. Ja, ist tot. Ich hab ne Zahn von der bekommen. Sehr schön. Ey, ich hab irgendwie, äh... Ich hatte ein paar Stikis gerade. Leul, bei mir steht hier mal wieder aufwändig, die Schlage. Lass mich mal. Wie geil ist das denn, Alter? Wollen wir woanders hin, oder wollen wir hier bleiben? Bei mir. Okay. Ich verteidigen unsere Base. Könnt ihr auch an der Beleuchtung liegen? Ne, glaub ich nicht. Ich sag mir mal die Teile ein. Ey, Kopf! Ich hab' schon. Hab' auch einen. Hörbens haben. Spyder jetzt nen Kopf. Ich kann halt nicht hinter mir gucken. Guck mal hinter dich. Wir müssen Dickies duplizieren. Ich hab' keine Stikies, Alter. Okay, es wird hell, es wird hell. Das wichtigste, wir müssen noch bauen, Tobi. Langsam, glaub ich. Jetzt kommt's. Ne Bank. Ne Bank, genau, ne Bank. Wo setzen wir sie hin? Hier am besten schön vor die Hütte. Das war so schön. Ja, mach hier so am besten. Da hin? Ja, okay. Zwei Holstämme brauchen. Fifty-fifty Chance, wie rum wir sitzen, ne? Okay. Das ist die kleinste. Wir bauen Baumstämme. Sind die eigentlich Kanibalen? Oh ja! Ey, der haut da vor der Affe. Alter, ich meine die Tür aufsteht da wer? Oh ja, da steht wer. Also wir sind irgendwie umzingelt. Ich weiß nicht warum. Ja, wahren wir bis zur Tachel. Dann hauen sie bestimmt ab, oder? Das ist hell, das ist hell, das ist hell. Wie schnell es hell wird, Alter. So ein Bullshit. Aber jetzt rennen sie, jetzt rennen sie. Ey, kommen die hier hoch? Normal nicht. Wobei, wenn sie es sehen, schon. Guck mal, da rennen die Kannibalen weg vor denen, siehste? Ja. Warte, einer passt hier noch hin. Vom Fenster? Ne, vom Fenster machen wir aber keinen hin. Da ist ja deiner so halb auch vor. Die sind eh so dumm und rennen da rein. Ja, du hast recht. Eigentlich ist die Fackel, die nutzt sich irgendwie auf, ne? Das... Okay, da kommt grad wer, da kommt grad wer hoch. Komm wieder rein, vielleicht sehen sie uns noch nicht.